So, hallo und willkommen zum letzten Video von King of Thieves, ich muss das Video jetzt schnell machen, weil das jetzt glaube ich mein siebter Aufnahmeversuch und wenn das Video über zwei Minuten geht, dann geht mein Aufnahme sozusagen kaputt. Ich würde nur sagen, das ist jetzt das letzte Video von King of Thieves, wenn ihr es weiter schauen wollt, CoolGamer macht das so viel wie ich, weil es noch weiter geht. Die Begründung warum ich das nicht mehr aufnehme, sage ich euch dann im nächsten Video, das kommt in den nächsten Tagen dann online. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, was ich denke mal nicht wird, äh, bewertet das Video, bis dann und ciao.